www.feyyaz.tv wie zum Beispiel gegen die Team des Spiels in Beinheim, wobei der Rettung der Welt von der CSU Christoph Winters gekommen ist und jetzt auch der Lotto Minasierter zu spielen. Ich glaube, Amon und Reisdammstein in der zweiten Abzeit, in ihrer Zielsetzung, wird sicherlich nicht gut bei Ihnen gewesen. Erstmal, ich habe mich entschuldigt, dass ich mich war, ich wusste nicht, aber ich habe mich nicht mehr verstanden, aber ich habe mich nicht mehr verstanden. Ich weiß nicht, was ich da gerne war. Ich habe sicherlich in der zweiten Abzeit gesteigert, aber wenn man ums Spiel geht, um alles zu gehen, wenn man für uns gleich noch mal in der Menge, die Frau Krass sehen, dass ich nicht in dieser Operation in der Anzeigenkunde, dann ist jeder Herzabsteiger fest, und das ist uns geschlossen, obwohl wir nicht bestiegen sind. Wir bieten auch das Zweischwischwingsentrieb zu Karoliken. Dann wird die Oberst und Erster, und wir müssen uns ja entsprechen, dass die Interlinien in der Problemlos gespielt und es ist von uns überragendem Gegner, die nicht favoritiv wurden, die sich nicht auf den Linken zu recht zu halten. Wir haben sowieso unsere Probleme vor. Das ist schwer. Da haben wir dann auch zwei, drei richtig gute Chancen. Das hat aber auch die Einladung der ganzen anderen Konterschancen. Dann ist das jetzt ein Rückspielergebnis. Vielen Dank. Ich habe eine Frage, dass sich immer wieder viele aussetzlosen Lagen der Mannschaft mit dem Gebieten wieder zurückgehen. Ich muss auch von meinen Schülern immer wieder gewünschen. Es ist eine Zahl in diesem Oberfluss, die wir sparen, durch die Polizei Euro 23. Ich möchte jetzt meine Kundensozahlen aufdenken. Sie haben eine normale Richtung. Aber es wird mir wieder glauben, dass das nicht nur die Doppeltel. Sie haben 13-jährige Spieler, die haben auch Spieler bekommen. Ich kann verabschieden, für was unsere Spieler hier Woche für Woche spielen. Bei 19-jährigen, 20-jährigen, die zu zweitinnen aus der Lufthansa vor dem Jahr behaupten sich, die zweite Lufthansa, die sind auch schon ganz gut aus. Die sind aus der Lufthansa, die sind aus der Lufthansa, in der Spätanlage. Durch den Rufthansa geht es auch manchmal noch. Ganz vor allem, das ist entscheidend durch die Plätze. Ja, aber vor den Jungs muss man einfach den Hut ziehen. Wir haben aber auch alle gewusst von Anfang an, was es geht, dass das ganz schwer wird. Aber der Sport ist ein, das machen wir auch. Wenn Sie ein bisschen rumschauen, haben wir vor den Jungs schon zurückgezogen. Das wird jetzt nicht passieren. Bis zum letzten Spieltag. Bis zum letzten Spieltag. Bis zum letzten Spieltag. Und die Chance ist einfach immer noch da. Ich habe verloren. Ich habe verloren. Es ist immer noch, auch mit gewisser Kontakt da, mit denen wir uns die Chance suchen. Wir sind auch hierher gekommen, um zu bringen. Bei einem bestimmten haben wir schlechte Spieltag in der ersten zweiten Zeit. Das ist halt nicht so aufgefahren. Okay, ganz gut. Entschuldigung, ich bin wieder vor. Zunächst zu sagen, ich bin jetzt mit der Sprache an 30.000 Menschen, wenn man die Samen an Arbeit zieht. Aber in der Sprache in der Sprache in der Sprache bestiegen wird. Gut, ich glaube, dass Sie heute auch absoluten Freude und die Art und Weise der Meilenstein und auch wenn ich dann heute an der Sprache zum Zuschauern zum Thema mit der Weichung der Mannschaft mit der Weichung der Mannschaft. Ich glaube, der war vor zwei Wochen hier und noch eine bessere Leistung des Lebens heute. Der Sprache war von einer Seite und konnte alle in Richtung zum Thema Heute war es so, dass wir uns in der Einwanderung über diesen Prozess mit der Fahrt begleitet haben Und den haben wir eins und null geworden. Wir haben die Auktion angesprochen, dass die Parallelinnen zu denen, die für die Karte sind. Angesichtssollessend sind sie. Wir müssen einspielen natürlich auch, dass es nach wie vor schon so gewünscht ist, dass wir dann auch noch zum Beispiel zu Hause geregelt werden. Wenn wir dann so ein bisschen bevorstehen, dass man dann auch in der Kontrasituation zwei Tore macht. Ich freue mich sehr, dass wir die Handspur gerade unter dem Wachseilverständigkeit der Verlängerung werden müssen. Die Handspur gerade unter dem Wachseilverständigen, die einem gewünschtlichen Vorschlag war. Wegen 6. Das ist eine gute Beziehung. Untertitelung des ZDF für funk, 2017